In die Spur gehen, man hat genau so wieder nach dem gestrigen Vorfall nach vorne gereiht, aber zunächst schauen wir uns auch heute Geschichte an bei Matthias Kari. So, jetzt geht's los in diesem Moment für Dominik Dinkel und Christina Kohl. Auf dem Zollerbund, jetzt haben wir die Spur. Jetzt haben wir die Spur. Eine Bedenkung auf dieser Rutschig-Fahrbahn betätigt jedoch kräftig Ausgangs der Felder Haulina die Bremse. Jetzt sind drei Städte gerade. Jetzt sind drei Städte gerade. Jetzt sind drei Städte gerade. Drei. Vorbereitet noch dem Regiemon der Oberau. Das ist heute jetzt am Norden. Der Flüchtling ist heute noch seit 2017. Der Flüchtling ist heute noch seit 2017. Der Flüchtling ist heute wieder ausgeschrieben. Der Flüchtling ist sicherlich ein Erfolg mit diesem Auto. Noch einmal jetzt, der Flüchtling. Ganz Ende. Ganz andere Sound, der fährt zu renters Auge. Der Flüchtling ist die erste Städte. Wer hat sich in der Zukunft jetzt den Flüchtling. Jetzt starten bereit. Machen Sie hier die Hand auf. Ich nenne es 10 cm. Ich nenne es 10 cm. Was für das DSG-Jugler. Noch einmal jetzt das Spur. Der Flüchtling ist in der Flüchtling. Jetzt starten bereit. Machen Sie hier die Hand auf. Ich nenne es 10 cm. Der Flüchtling ist für den DSG-Jugler. Jetzt starten bereit. das Wasser, jetzt werden aufmanden und gesteigert und nennen die Luft und jetzt werden sie aufgelöst und werden sie gemacht und dann die Luft aufgelöst und dann die Luft aufgelöst oder die Luft aufgelöst Die Rallye sind aufsteigert aus der Rallye. In dieser deutschen Rallyemeisterschaft, HAC Rallye Masters, HAC Rallye Cup. Mit Rallye Cup in der Rallye Cup. Die Rallye wird nicht unterkommt. Hier wieder die Rallye. Die Rallye wird nicht unterkommt. Die Sache von MannLiga. Die Rallye wird nicht unterkommt. Rundfunk Das ist so, dass wir jetzt hier noch mal sehen, dass wir hier noch mal sehen. Das Fahrzeug aus den Zuffenhausen für den Porsche mit der Steine Maia 26, Quattro und dem Amelö in der Tour zu den beiden, die da drinnen am Herzen sind. Die Fahrzeuge sind aus Italien mit dem Sport Piamper. H Immer wieder gerne dabei. ein bisschen. Jetzt kommt der Klassiker und der Zauber. Was ist mit uns? Wir sind bei der Niederländer dabei. Wir sind in der Bischof-196-Mustart. Für einige Herrschaften und dann freuen wir uns noch mal. Ne, wir wollen es nicht mehr wollen, wir können den Weg von der Sauer nur in einem Portion führen. Also eine Plattform sehen. Die Rundzeitbahn, schauen wir uns in den Service. Kommt in den Kommunikation nicht zu haben. Die Rundzeit sind in der Rundzeitbahn. Die Rundzeit sind in der Jelder Schabholz. Die sind in der Rundzeit 21. Die Rundzeit sind in der Rundzeitbahn. Die Rundzeitbahn betrifft alle adventellen. Die Rundzeitbahn. Die Rundzeitbahn. Die Rundzeitbahn! Die Rundzeitbahn. ... die Vision 4... ... die Golfsitz-Firmen, die der Felmer-Aurina hat... ... die Vorweise auch mit dem Hochschul... ... da ist ja schon der Ort, der Bote, der Stoff... ... die Sitz-Firmen... ... die Bote... ... die Bote... Die Sprache ist bestreitet. Das Auto am Anfang nicht richtig lief, der Motor ein bisschen Speretzchen machte und sie dann über eine Kugel sprangen, rechten sie eine Ausmauer. Die Sprache ist bestreitet. Wir werden fast an die Mauer dran. Wie viel hat der gefällt, wie weit waren wir weg von der Mauer? Naja, ich glaube das waren maximal 5 cm. Da bin ich scheiße gefahren, das ist ja echt. Das hätte maximal 5 mm sein. Da war es richtig gut. Das geht heute noch gut aus. So hat sich nichts dran geändert, auch nicht für Fabian Brotter, der hier gerade unterwegs ist. Und der Niko Flores Trigo vom ADAC Hessen-Thüringen e.V. Auf Wiedersehen. 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 Bis zum nächsten Mal.